Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich befinde mich hier oben auf der Wiese, oberhalb der Wiener Hütte. Wir haben mit dem Wetter großes Glück gehabt. Es ist zwar gleichmäßig gesprüht, aber doch nicht so heiß wie erwartet. Und wir haben hier ungefähr 100 Freunde des Astro-Kanals. Wenn jemand winken möchte, winke, winke. Winke, wo ist er denn? Ja, hier ist er. Wo ist er denn? Da ist er, da ist er. Also wie gesagt, ich war selber überrascht, dass so eine angenehme Atmosphäre ist, so eine großartige Stimmung. Wir tun Energietesten, wir haben umgesungt. Und natürlich um 19.50 Uhr haben wir dann mit euch gemeinsam die Rakete steigen lassen. Gut. Okay. Passt. Ende.